Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Filmbesprechung hier beim Tele-Stammtisch. Heute zum Film mit einem Tiger schlafen von Anja Salomonowicz, einem Biopic-Spielfilm-Drama, das dieses Jahr seine Weltpremiere auf der Berlinale feierte und nun ab dem 23.05.2024 hier bei uns in den deutschen Kinos zu sehen ist. Ich habe den Film nicht allein vorab gesehen, sondern bei mir ist auch Kathi, die das ebenfalls getan hat. Hallo. Hallihallo. Ja, ich bin ja Fan von Filmen mit coolen Titeln. Es geht um eine österreichische Malerin, nämlich Maria Lasnik, die 1919 geboren wurde und 2014 verstorben ist. Es geht ein bisschen um ihr Leben, um ihren Werdegang, aber auch vor allen Dingen natürlich um ihre Kunst, die hier in ganz unterschiedlicher Art und Weise Einfluss in den Film findet. Ich habe ursprünglich auf dem Schirm gehabt, dass das hier eine Doku wäre, aber es ist ja schon Spielfilmartig, wird auch als Spielfilm beschreiben. Es ist aber auch ein Hybrid aus ganz vielen verschiedenen Sachen. Ja, es ist eine wilde Mischung, weil es ist halt schon, wie du sagst, es ist halt als Spielfilmaufzug. Also man sieht halt auch klar, dass das jetzt keine Dokumentaraufnahmen sind oder keine Realaufnahmen sind, dass das halt nachgestellte Szenen und gespielte Szenen sind, logischerweise. Aber der Film spielt ja auch auf irgendwie drei oder vier Zeitebenen gleichzeitig eigentlich, die sich immer so einander übergehen und dann spielen sie mal irgendwie in den Anfängen als Künstlerin, dann wieder gegen Ende ihres Lebens und dann irgendwann mittendrin. Und da wird auch nie so richtig gesagt, wann wir jetzt wo, wann genau wie sind, sondern das ist einfach so, ah, die Szene spielt da, Chuck, nächste Szene spielt da im Prinzip. Und was auch ganz wild ist, so gegen Ende hin, dann, wo ich mir nicht sicher war, da wird dann manchmal, sind dann so ein paar Wegbegleiterinnen, Wegbegleiter von ihr, die dann so interviewmäßig in die Kamera schauen und dann Sachen erzählen, kurz zumindest. Da war ich mir dann nie sicher, sind das die tatsächlichen Leute, die sich da jetzt selber spielen, aber trotzdem ein Interview geben im Sinn einer Doku? Oder sind das trotzdem Schauspielerinnen und Schauspieler, die diese Personen spielen, aber dann trotzdem so tun, das würden sie als diese Personen ein Interview geben? Also ja, der ist, also, ich glaube, der Film beschreibt diese ganze Künstlerin, ihre ganze Welt ziemlich gut, weil der Film an sich ist auch ziemlich eigenwillig, in allem, wie er die Sachen inszeniert. Aber ich hatte da meinen Spaß damit. Ich fand das cool, dass der nicht so einfach von, sagen wir jetzt, Geburt bis zu ihrem Tod das so stringent durcherzählt, sondern dass der da so, ja, wir zeigen mal das, wir zeigen mal das und da machen wir ein bisschen vierte Wand und das ist okay so. Und was ja da noch dazu kommt, jetzt nicht nur Zeitsprünge oder die Puzzleteile in unterschiedlicher Art und Weise fragmentarisch aneinandergereiht, sondern die Künstlerin wird ja auch in egal welchem Lebensstadium immer von ein und derselben Schauspielerin geschauspielert und auch wirklich Kulisse und Maske sind ja auf das Nötigste, auf das Allernötigste beschränkt. Teilweise halt auch gar keine Veränderung, was jetzt irgendwelche großen Falten oder so anbelangt. Also die Birgit Minichmeier, die hier die Maria Lasnik spielt, die verkörpert sie und das stand auch, glaube ich, so in der Beschreibung eben als Sechsjähriger, als Jugendlicher, als Erwachsene und auch als ältere Dame hier. Und das ist schon Kern von diesem Film. Also ich glaube, die Schauspielleistung oder deren Wandeln zwischen, weil dieser Film, wie gesagt, ist jetzt vielleicht nicht chronologisch erzählt, erzählt aber schon so die wichtigsten Punkte trotzdem wie in einem klassischen Biopic. Ja, obwohl er halt auch eigentlich Sachen dann auslässt. Also so die ganze Nazi-Zeit, da hält er sich sehr zurück. Ja. Ich glaube, das hat gar nicht, wie sie da agiert oder ob sie da, aber ja, das sind halt dann, das sind nur einmal, dass sie in die Uni geht und da sieht man halt draußen dann, dass es gerade zur Zeit der Nazis ist. Aber da wird auch nie weiter drauf eingegangen. Nee, stimmt. Das wird nur angetastet. Das fand ich auch tatsächlich ein bisschen schade, dass man dann ausgerechnet das so ein bisschen ausspart. Es gab noch das eine oder andere, wo ich mir gewünscht hätte, dass man das noch mehr, aber gut, das merke ich jetzt auch an der Affinität, vielleicht für die Filmkunst liegen. Sie war ja auch eine Videokünstlerin und hat ja auch da im Filmbereich ein bisschen was gemacht. Das wird hier auch angerissen, aber im Fokus stehen schon ihre Malereien und Zeichnungen und so weiter. Das fand ich auch ein bisschen schade. Oder was für das nächste Movie-Notebook, oder was soll denn das in Movie-Pitchen? Ja, ich glaube auch, auf der Berlinale, wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder richtig gelesen habe, lief auch eine Sammlung an Kurzfilmen. Ich habe sie jetzt leider auch nirgends jetzt noch gefunden, wo ich jetzt mal hätte reinschauen können. Aber ja. Okay, das ist cool. Vielleicht findet man die auch irgendwo. Da kann man die irgendwie erwerben oder keine Ahnung. Es wäre schon interessant so zu sehen, was sie eigentlich ihre Bilder zum Leben erweckt hat. Zumindest das bisschen, was man sieht so in dem Film. Und das zu sehen, wäre eigentlich schon interessant. Auch jetzt im Hintergrund mit der Doku oder mit dem Biopic. Aber ja. Ich finde es nur anmerken, ich finde es respektabel, dass das richtige Wort ist, dass sie es sogar schaffen in dieser Doku über ein Biopic, über eine österreichische Künstlerin, einen fucking Austria-Australia-Joke reinzubringen. Weil irgendwann ist sie mal in einer Kunstgalerie, um ihre Werke halt irgendwie zu verkaufen oder dort auszahlen oder halt Anerkennung zu bekommen. Und das ist aber, glaube ich, in Paris. Und auf jeden Fall redet die Person in der Galerie kein Deutsch. Und der fragt dann auch so, oh, you're from Australia. Und sie nur so, no, Austria. Ja, also ja. Ja, ja. Wie fandest du allgemein die Umsetzung, die mit geringem Budget ja schon das beste Versuch herauszuholen? Aber auch manche philosophische Gedankengänge oder ja einfach, die jetzt nicht nur die Kunst, sondern auch das Wesen von ihr zu ergründen versuchen, zumindest ansatzweise. Das wirkte auf mich mitunter aufgesetzt. Ja, also es ist schon alles sehr künstlerisch. Also natürlich ihr ganzes Leben und auch in dem, also ihre Anfänge da in diesen, diese, 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 es ist keine Untergrundbewegungen, aber diese alternativen Bewegungen, Kunstbewegungen, wo dann ihr damaliger Freund auch irgendwie was in der Ausstellung auf der Leiter steigen und alle Anwesenden dort beschimpft, dass sie, keine Ahnung, von Kunst haben und sich nur in deren, ähm, sozusagen sich darin suchen wollen, dass sie wissen, was moderne Kunst ist und was auch immer. Und das ist so, keine Ahnung, das überdreht sich so ein bisschen auf den Film. Ich hätte es nicht gestört, weil ich finde, das passt irgendwie zu ihr und zu dem Ganzen. Es fühlt sich da ein, ja. Ja, genau, genau. Das passt zu ihrer Persönlichkeit, auch wie sie mit den, mit den Kuratorinnen und Kuratorinnen in den Museen umgeht, wo sie dann reingeht und sagt, boah, nein, das geht ja gar nicht. Also, die hängen alle viel zu nieder, die Bilder, und warum hast du das da und warum ist das da? Warum scheinen diese Bilder nicht? Die Bilder müssen strahlen. Genau, genau. Ja. Und ich finde, das passt schon so. Deswegen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich es pseudophilosophisch nennen würde, weil sie sich ja schon, zumindest jetzt, was ich über die Doku bekommen habe, Gedanken macht in den Bildern, die sie malt, was sie damit sagen will. Zählt natürlich auch mit zu diesem, zu diesem Wesen dazu und es ist jetzt eher auch nicht so, dass dieser Film, die Malerin oder die Person, dass er da irgendeine Verklärung erliegt, sondern er zeichnet sich schon in verschiedenen Facetten, in manchen Facetten vielleicht nicht, nicht tief genug, wie zum Beispiel zur Zeit der Nazis so, aber er widmet sich jetzt auch nicht einseitig dieser Persönlichkeit. Ja, das war es auf keinen Fall. Also klar, wir können auch nur davon reden, was wir jetzt gesehen haben, aber ich glaube auch nicht, dass irgendwas jetzt, sagen wir mal, verschönert, weil man merkt auch, das ist das Erste, was ich mir gedacht habe, oder aufgeschrieben habe in meinen Notizen, dass sie keine einfache Zeitgenossin war. Also, der verschönert da auch nicht irgendwie und lässt sich das irgendwie als die einfache Person oder die nur Nette, sondern der zeigt sie in ihren Guten wie in Schlechtzeiten im Prinzip. Mit all ihrer Extravaganzen und ihren Quarks, die sie dann vielleicht auch hatte. Ja. Aber ja, ich finde, also ich wusste vorher nichts von ihr und ich bin jetzt eigentlich froh, dass ich die gesehen habe, weil ich finde die Aria Bille interessant und sie war auch eine interessante Person. Also das... Ja, es ist auch ein bisschen ein Film wie so ein kleiner Museumsbesuch, weil du ja schon viel auch von dieser... Also es ist sowohl Werkschau als auch so ein bisschen Künstler in einem Portrait. Ich glaube, ich würde mir auch ihre Bilder gerne nochmal abseits des Films anschauen. Ja, definitiv. Und ich muss auch sagen, also das titelgebende Bild mit einem Tiger schlafen, wie herausgefunden hat, gibt es noch eine Letterboxd-Review dazu, aber dieser CGI-Tiger, also... Das war mein Highlight des ganzen Films. Der hat mich gekillt, das war 10 out of 10. Gut, dann können wir ja noch ein kleines Fazit fällen. Gerne wieder. Kurz und schmerzlos. Nein, also, wie gesagt, auch, also ich wusste vorher nichts von ihr. Ich finde, der gibt einen guten Einblick in ihr Leben. Man kann ihn ohne Vorwissen locker schauen und weiß dann auf jeden Fall mehr über eine, wie ich jetzt finde, interessante Person. Man muss halt damit klarkommen, dass der einen nicht an die Hand nimmt und das von Anfang bis Ende streng gern durcherzählt, sondern hin und her springt und halt auch seine eigene Erzählweise hat. Aber wenn man damit kein Problem hat, auf jeden Fall Empfehlung. Ja, ich fand schön, die Verknüpfungen von dem Werk und ihrem Leben, auch wie sich die Bilder oder die Zeichnungen eben in den Film oder in dem, was gerade erzählt wird, einfügen, wie sie sich damit verknüpfen, dass halt die Kunst ein essentieller Bestandteil ihres Lebens war. Ich fand den echt im Mittelteil manchmal sehr zäh und manchmal auch, ja, ein bisschen zu flickenhaft. Du hast recht, dieses, das ist schon eine Struktur, die halt jetzt nicht von Kindheit bis Tod da alles haarklein oder aneinanderreit in der richtigen Reihenfolge, aber die Sachen, die dann auch eben halt in zusammengewürfelter Reihenfolge erzählt werden, die sind halt trotzdem irgendwie basic Biopic-Stuff. Ja, das stimmt. Und, ja, ich glaube, er ist allein wegen der Hauptdarstellerin einen Blick wert, wie sie das Ganze hier verkörpert, aber ich glaube auch, eine gewisse Kunstaffinität ist da auch auf jeden Fall hilfreich. Ja, wahrscheinlich, aber das haben wir wahrscheinlich bei, deswegen ist es bei uns nichts, aber, da stimme ich zu, wenn man da nicht auch ein bisschen Affinität für Kunst an sich und sich dafür ein bisschen interessiert, dann hat man wahrscheinlich schnell Langeweile oder es hockt einen einfach nicht, weil man halt damit nichts anfangen kann und da vielleicht das Interesse dafür hat, aber ja, das, ich glaube, wenn man Biopic oder Kunstlinien schaut, dann sollte man das so ein bisschen, ein bisschen Interesse zumindest mitbringen. Ja, ich bin allgemein, glaube ich, ein bisschen zögerlicher als du, weil ich auch da schon vielleicht das ein oder andere Biopic auch die letzten Jahre gesehen habe, was noch einnehmender ins Ziduit war und vielleicht auch noch ein bisschen abstrakter oder ein bisschen losgelöster von den, von allein den Dingen, die es erzählt. Aber ja, dann bedanke ich mich bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Film mit einem Tiger schlafen ist ab dem 23. Mai 2024 in den deutschen Kinos zu sehen. Wer mehr von uns beiden hören will, der kann einerseits hier beim Tele-Stammtisch reinhören. Da haben wir zuletzt zweimal über das Doc-Filmfest München gesprochen. Das ist zwar nun zum Zeitpunkt der Aufnahme schon abgelaufen, aber ein paar dieser Filme kann man auch bald hierzulande in den deutschen Kinos sehen, wie das Leere Grab zum Beispiel, der auch am 23.05. startet. Da könnt ihr also gerne in unsere zweite Ausgabe des Doc-Films-Casts reinhören, wenn ihr an Dokumentarfilmen an sich interessiert seid. Und wo gibt es uns noch zu hören, Kathi? Ihr könnt aber sonst noch bei unserem Podcast zu vorbei schauen, nämlich bei In the Mood for Mubi, wo wir ja so ähnliche Filme wie hier und noch viel, viel anderes besprechen. Da haben wir zuletzt eine Folge über ja seinen Namen, wenn ich jetzt nicht aussprechen, bitte Paul. Contente Biel. Genau, gemacht. Ja, wenn ihr da Interesse habt und an anderen Zeit, das auf Mubi läuft, könnt ihr auch gerne da vorbeischauen. Würde uns ja freuen. Ja, und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Applaus